Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf unserem Kanal und heute ist einiges anders als sonst. Ich habe eine Webcam an. Warum? Früher habe ich das eigentlich immer gemacht in Infovideos. Ein Infovideo ist ja auch immer eher was Community gebundenes. Ich meine, der normale Zuschauer, der ab und zu mal ein paar kommentierte Gefechte in Rouge anschaut, der guckt das Infovideo nicht an. Deswegen fand ich es da immer ganz angebracht, das Ganze auch ein bisschen auf eine persönlichere Ebene zu bringen. Deswegen gab es früher immer Infovideos mit Webcam. Die gab es dann nicht mehr, als ich umgezogen bin, weil das mit der Webcam alles schwierig war. Ich hätte die einrichten müssen, was so ungefähr fünf Minuten gedauert hätte, aber ich habe es halt nicht gemacht. Und jetzt ist sie wieder da, coronabedingt. Im Hinterkonzept in der Flagge. Dazu gibt es eine lange Geschichte. Es begann an meinem 20. Geburtstag und es endete immer noch nicht. Sie hängt da nicht freiwillig. Sie hing auch zwei Jahre lang falsch rum. Jetzt hängt sie übrigens mal richtig rum. Ich darf die nicht abhängen. Ich kann euch erklären, warum. Aber das mache ich vielleicht an einer anderen Stelle. Es ist natürlich ungeschickt, weil es genau im Winkel der Kamera ist und es verursacht Augenkrebs. Also ich meine, die Farbgebung ist halt zu hell, finde ich. Vor allem, wenn man dann irgendwelche Spiele wie HOI oder so spielt. Aber gut, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das Video im Webcam benutze, weil ich geschkolliere immer wie blöd rum. Und dann fühle ich mich nicht mehr ganz wie so ein Depp, wenn ich das mache, weil man sieht es wenigstens. Und ja, es ist immer ein bisschen komisch, wenn man so ewig lang debattiert und eigentlich antwortet einem keiner und sieht auch keiner. Aber gut. Ich habe hier übrigens in Hoy noch den Debug-Modus drin, deswegen ist da unten eine Fehleranzeige. Das habe ich gemacht, um die Thumbnails zu erstellen. Das hier zum Beispiel. Für das neue Hoy-Projekt. Also einige wissen ja vielleicht, es läuft immer so, es gibt ein großes Hoy-Projekt, wie zum Beispiel das aktuelle Japan-Projekt. Das ist allerdings ja auch schon abgeschlossen. Ich habe die Videos, die brauchen nur eine Weile. Auch wenn jetzt jeden Tag eins kommt. Das dauert trotzdem bis weit über Ende Mai hinaus, glaube ich. Auf jeden Fall, bei den großen Projekten kann quasi jeder mitspielen und bei den kleinen Projekten können nur ganz, ganz, ganz wenige Leute mitspielen. Mein Ziel ist es, maximal zehn Spieler zu haben und optimalerweise fünf Spieler. Einfach, dass man mal ein bisschen mehr auf Sachen eingehen kann, die man normalerweise nicht machen kann. Wir spielen mit der Mod Führerreich. Da ist einiges anders. Zusammengefasst ist es eine Alternativgeschichte zu einer Alternativgeschichte. In Kaiserreich hat Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen und das hier ist jetzt die Alternativgeschichte zum Kaiserreich, in dem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat. Also eigentlich wieder die Realität, aber dann doch alles ganz anders. Also es gibt hier halt quasi die Kiel-Zone. Also Kiel und Hamburg und so gehören da dazu. Dann gibt es hier noch das Rheinland, das westliche Rheinland, das irgendwie eigenständig ist, mehr oder weniger. Frankreich beziehungsweise Spanien ist total am Arsch. Italien kriegt den Bürgerkrieg. Großbritannien ist nicht zwangsläufig mit Deutschland verfeindet, sondern ich glaube, je nachdem, sogar eher verbündet. Und ansonsten ist auch einiges anders. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Mod, wie ich finde. Sie eignet sich nicht unbedingt für eine ganz, ganz große Runde, aber für so eine kleine Runde wie jetzt eignet sie sich ganz gut. Und deswegen gibt es da am Mittwoch 18 Uhr eben das Projekt. Genau. Wie kann man mitmachen? Also vielleicht noch ganz kurz, es geht auch noch um EU4 und um den Livestream heute. Das sind noch die Punkte, die ich abarbeiten will. Aber ja, wie kann man mitmachen? Ganz normal, man hat ein Anmeldeformular in der Beschreibung, da klickt ihr drauf. Dann bekannter Spieler, das entfällt noch. Das seht ihr nicht. Das habe ich nur drin für nächste Woche, dass dann eben die bekannten Spieler da weitermachen können. Äh, ihr gebt ein paar allgemeine Infos zu euch. Seid ihr im Steam-Gruppenchat, seid ihr auf dem Discord, wie heißt ihr, dass ich euch finde. Links im Steam-Profil, äh, Mikrofonqualität und so weiter. Spielerfahrung, ganz, ganz wichtig. Und dann könnt ihr die Fraktionen auswählen. Ähm, ihr könnt theoretisch eigene Nationen noch auswählen, aber ihr sollt bitte Haken setzen, bis zu drei Stück. Es gibt einen Russlandspieler, einen Frankreichspieler, einen Italienspieler, einen Finnen oder Schweden. Wenn ihr das anhakt, dann könnt ihr gerne da unten hinschreiben, welches von beiden ihr spielen wollt. Einen Chinesen, Japaner. Ich habe mir überlegt, zwei Spanier. Das wäre witzig, dann macht der Brückerkrieg mehr Spaß. Da muss man dann halt auch wissen, dass die, also, die beiden Leute sollten skilltechnisch natürlich ungefähr gleich gut sein. Und dann gibt es noch UK als Joker. Äh, ich habe immer eine Joker-Fraktion, die im Zweifelsfall, wenn das Spiel zu einseitig wird, eingreift. Also, wenn die Alliierten zu stark wären, wobei im Führerreich ist alles ein bisschen schwieriger mit den Begriffen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Frankreich zu mächtig wird und ich als Deutschland komplett auf die Fresse kriegt, dann hilft mir halt Großbritannien. Wenn ich Frankreich sofort überrenne, dann hilft Großbritannien den Franzosen. Das muss man wissen, wenn man diese Nation auswählt. Man ist dann quasi sehr weisungsgebunden an das, was die Admins sagen. Man kann nicht ganz frei agieren. Ähm, kann trotzdem lustig sein, denke ich. Und, ähm, da kommt auch meistens eher ein besseres Spiel rein oder auch Leute, die ich kenne. Ansonsten, äh, warum und wie möchte man die Nation spielen? Da gibt's noch Vorschläge für Regeln und so weiter. Und dann, ja, müsst ihr es noch abschicken. Genau, so könnt ihr dann mitmachen. Wobei ich natürlich, äh, nur Leute auswähle, die ich vielleicht kennen oder die sich einfach bewiesen haben in Projekten, dass sie sich erwachsen verhalten, dass sie dem Projekt, äh, irgendwas beitragen. Also, die einfach unterhaltsam sind oder viel Wissen mit reinbringen oder auch mal was, äh, ausprobieren, was irgendwie lustig werden könnte oder so. Leute wären da natürlich präferiert. Genau. Dann, ähm, ich freu mich auf jeden Fall drauf. Ich hab sogar schon ein bisschen mit Deutschland geübt. Ich werde keinen Zweitspieler haben, was für mich untypisch ist, weil ich ja keine Ahnung von dem Spiel hab. Ich werd also sehr darauf angewiesen sein, dass Leute mir im Chat vielleicht auch ein bisschen helfen. Also, ich hab im Grundlegend, also, ich hab inzwischen ein bisschen das Kampfsystem verstanden, wie das funktioniert. Ich hab mir das ausführlich erklären lassen, wir haben die gesamte Formel einmal durchgerechnet. Ähm, auf diesem Wissen kann ich jetzt aufbauen. Es wird also hoffentlich in Zukunft besser. Ähm, genau. Es wird auf jeden Fall interessant. Dann weitere Dinge. Heute Abend gibt's einen Livestream, ähm, um 19 Uhr. Also, wenn ihr das Video seht, dann läuft der wahrscheinlich schon. Aber es gibt auch nächste Woche am Sonntag einen Livestream und die Woche darauf auch. Ihr seht, es baut so ein bisschen aufeinander auf. Ähm, das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe. Diese und nächste Woche auf jeden Fall. Um 19 Uhr gibt es eine Vorstellung einer Fraktion auf dem Minecraft-Server, auf dem wir übrigens inzwischen über 120 Anmeldungen haben und inzwischen auch die Legs haltwegs im Griff haben. Dann spielen wir Rouge und dann am Ende spielen wir War Thunder oder was uns halt sonst noch einfällt. Optional, aber da reicht mir halt die Zeit nicht. Können wir davor noch Factorio spielen, aber das interessiert ja irgendwie eh keinen. Aber ich spiel's trotzdem gern, deswegen, ähm, kommt das in aller Regelmäßigkeit. EO4. Großes Thema. Ähm, jeder fragt mich, ob ich weiß, dass der neue DLC rauskommt. Die Frage ist gerechtfertigt, weil ich verschlafe das meistens. Aber coronabedingt habe ich natürlich gerade auch nicht so viel zu tun. Deswegen ist mir natürlich nicht entgangen, dass am 9. Juni das Spiel rauskommt. Ich werde vermutlich mit ziemlicher Sicherheit davor ein Projekt hochladen, das ich vor einer Weile mal aufgenommen habe. Habe ich mit Brandenburg-Preußen gegründet, das ist ein bisschen zusammengeschnitten, ein paar kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wieder von Paradox und Pre-Release-Key bekommen. Das bedeutet, ich werde an dem Tag, an dem das Embargo aufgehoben wird, oder spätestens an dem Sonntag davor, das wäre dann der, ähm, 7. Juni, werde ich einen Livestream machen, in dem ich einfach alles Mögliche zeig. Und am 10. Juni, also ein Tag nach Release, wird ein, eine große, Anführungszeichen, große EU4-Runde stattfinden, wie man sie vielleicht auf dem Kanal kennt. Und da wäre es cool, wenn mir Leute beim Organisieren helfen, falls irgendwer jemand kennt, der ein fertiges Regelwerk hat oder Erfahrungen hat oder Ideen hat, wie wir das umsetzen können. Kann das mir gerne schreiben. Ich werde auf jeden Fall irgendwo im HRR spielen. Sicher ist auf jeden Fall, dass man eher kleinere Nationen spielt. Also ich habe mir sogar schon überlegt, ob ich Württemberg spiele, aber vermutlich wird es Bayern oder so. Ähm, nur dass ihr so die Größenordnung kennt. Also Frankreich wird da auf keinen Fall jemand spielen. Und wenn Großbritannien, dann eher Schottland, wenn nicht sogar eines der irischen Länder, dass man einfach am Anfang noch ein bisschen gegen die KI kämpft, weil, äh, ich weiß halt, wenn ein Spieler, der sich auskennt, Frankreich spielt oder so, dann ist der halt echt unaufhaltsam. Aber gut, dann, ähm, so viel dazu. Ihr könnt euch also für Heu anmelden. Ich melde mich dann über den Discord bei euch. Ähm, da habe ich übrigens vorher eine Abstimmung gemacht, welche Thumbnail man besser findet. Also wird quasi bei Livestream dann die Spielerliste aktualisiert. Und da seht ihr dann, ob ihr drinsteht oder nicht. Das passiert meistens ein, zwei Tage vor dem Livestream. Und, ähm, genau, hier könnt ihr euch generell, ja, wir haben inzwischen irgendwie fast 400 Mitglieder. Das ist richtig krass. Es ist so viel los in letzter Zeit. Vor allem diese Minecraft-Channel, die kommen gar nicht mehr hinterher mit dem Lesen. Wobei ich die da unten tatsächlich alle stumm geschalten habe, aber Minecraft-Organisationen und so. Eie, da bin ich wahrscheinlich später auch noch, weil er beschäftigt. Aber gut. Ja, das Infovideo ging jetzt relativ lang. Gab ja auch viel zu besprechen. Also Heu-Projekt am Mittwoch. Heute und nächste Woche Sonntag Community-Livestream. Ähm, in nächster Zeit kommen auch wieder Rouge und Warfund. Also ein Warfund-Video habe ich und eine Handvoll Rouge-Videos habe ich noch fertig. Die müssen ich nur mal online stellen. Äh, mal schauen, wann ich das mache. Heute entstehen vielleicht auch nochmal Rouge-Videos. Also da kommt in nächster Zeit was. Ich habe nächste Woche nur einen einzigen Tag Vorlesung. Und am Montag sind dann komplett frei. Also da kann ich durchaus ein bisschen was online stellen. Und, ja, dann war es das jetzt so weit von mir. Ich freue mich später auf den Livestream. Ich freue mich auf das Projekt am Mittwoch. Und bis dahin. Ciao, Leute.